Yo, was geht ab Leute? Willkommen zu einem weiteren Video von mir und zwar soll es heute um KMN-Gang gehen, denn es gibt einen Song, der auf jeden Fall noch nicht veröffentlicht wurde, ja, ein Leak, das Ganze soll 1000 Bilder heißen oder Kartell 2, man weiß nicht unter welchem Namen das jetzt, ja, wie soll ich sagen, bekannt geworden ist, an die Öffentlichkeit geraten ist, das Lied wurde auf jeden Fall nicht released, wer weiß, an was es lag, vielleicht hat es ja nicht mehr gefallen oder so, weiß man ja nicht, vielleicht erscheint es auch noch und dann können wir uns das Ganze einfach auf Spotify geben, auf Spotify geben, ich würde nur sagen, wir hören ein bisschen rein, eine kleine Hörprobe, zwei Parts können wir uns auf jeden Fall ein bisschen anhören, ich habe schon mal kurz reingehört, hört sich schon sehr, sehr ähnlich an wie der ein oder andere Song. Yo, wie gesagt, also KMN-Gang, Kartell 2000 Bilder, ähm, Das Ganze wurde auf jeden Fall noch nicht veröffentlicht, ähm, ich würde sagen, wir können uns noch ein Part von zwei Minuten oder so reinziehen, ja, ansonsten, was gibt es noch dazu zu sagen, äh, wenn euch das Song gefallen hat, schreibt mal in die Kommentare rein, ähm, vielleicht wisst ihr ja genau, wie er heißt, 1000 Bilder oder Kartell 2 für die ein oder anderen KMN-Freaks da draußen, dann hören wir uns mal noch einen zweiten Part an. Das Ganze wurde auf jeden Fall noch nicht veröffentlicht, äh, wenn euch das Song gefallen hat, dann hören wir uns mal noch ein paar Jahre hin, äh, wenn euch das Song gefallen hat, dann sehen wir uns mal wieder auf jeden Fall noch einmal hin, äh. Yo, wie gesagt, also das war eine kleine Hörprobe auf jeden Fall von diesem Song. Vielleicht kommt das Ganze ja noch auf Spotify und dann können wir uns das Ganze auf Dauerschleife reinziehen. Wie gesagt, das war es dann eigentlich auch schon mit dem Video. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Peace.